Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wie sicher ist das denn? 98 Prozent. Ich möchte ganz konkret wissen, was wir jetzt tun können. Man kann das nicht beeinflussen. Das machen wir jetzt. Dein Bruder ist schwer krank. Er macht die Natur solche Sachen. Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, das Kind nicht zu bekommen? Was? Wie redest du mit deiner Mutter darüber, aber nicht mit mir? Ist das deine Entscheidung oder unsere? Was? 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 Vielen Dank.